Hallo zusammen! In diesem Video erzählen wir über unseren Ausflug nach Plön. Plön ist die Kreisstadt des Kreises Plön in Schleswig-Holstein und hat rund 8700 Einwohner. Er liegt direkt am Ufer des größten Sees in Schleswig-Holstein, großer Plöner See, sowie an mehreren kleineren Seen, die die Stadt von fast allen Seiten berühren. Plön hat eine reiche Geschichte. Die Zeugen dafür sind das Plöner Gymnasium, das 1704 gegründet wurde, und das Plöner Schloss, das im 17. Jahrhundert erbaut wurde und eine Hauptsehenswürdigkeit der Stadt ist. Sch redeem die Geschenke, die zu fliegen, denn nicht immer in der Szene, oder in der Szene 1 gehört im Sarge mit wish 살짝bar zu perfektionieren. Im Fernsehen müde sah, das in derzen split hast du hier hin und es auld 들어f ich fast entfernen. Die Geschenke Brä đầu schon stets und auf die G molenz ist ab und allowggerecht zu entfernen. Wir machten einen kurzen Spaziergang durch Plona Innenstadt. Die Liebhaber der Altstädte werden sich hier besonders wohl fühlen. Wir gingen weiter zum See und machten einen Stopp mit einem schönen Ausblick auf das Schleswig-Holstein größten See. Die Liebhaber der Altstädte werden mit einem schönen Ausblick auf das Schleswig-Holstein größt. Und hiermit kommt mein Video zum Ende. Ich verabschiede mich und bis zum nächsten Mal.